Acht Staffeln, in denen es durchgehend hoch und runter geht. Es gibt gute Folgen, es gibt schlechte Folgen, es gibt gute Staffeln, es gibt schlechte Staffeln. Wovon ich rede? Ja, Fear the Walking Dead. Ich würde mitunter behaupten, Fear the Walking Dead, sowohl im The Walking Dead-Universum als auch in allgemeinen Serienbezug, hat das größte hoch und runter von gut zu schlecht, was die Staffeln angeht, der Geschichte. Und deswegen sind die Meinungen hier von, was ist die beste Staffel oder welche Staffel gefällt mir am besten, sind die Meinungen komplett unterschiedlich. Und ich wurde jetzt schon so oft gefragt, ob ich mal ein Video dazu machen könnte, zu meinem persönlichen Fear the Walking Dead Staffel-Ranking. Ja, The Walking Dead Staffel-Ranking kommt auch noch. Und da einige jetzt so lange darum gebeten haben, dass ich das mache, gibt es genau das heute. Heute gibt es mein persönliches Staffel-Ranking von Fear the Walking Dead. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Bevor ich jetzt wirklich ins Video reingehe, zwei Punkte. Erstens Spoiler Alert. Ich werde hier logischerweise viel zu den Staffeln sagen, welche Charaktere vielleicht gestorben sind, was irgendwo passiert ist. Und wenn ihr Fear the Walking Dead noch nicht zu Ende geguckt habt, egal welche Staffel, ist es vielleicht nichts für euch. Wenn ihr euch spoilern lassen wollt, dann kein Problem. Punkt Nummer zwei, und das sage ich jetzt hier auch einmal im Video, es ist hier meine persönliche subjektive Meinung. Hier geht es nicht um die objektive Meinung, welche die beste Staffel ist oder welche die schlechteste ist. Da kann jeder seine Meinung haben. Da könnt ihr eure eigene haben, da kann ich meine eigene haben, da kann jeder seine Meinung haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch in den Kommentaren gerne mal raushaut, warum ihr mich vielleicht komplett verstehen könnt oder warum ihr denkt, was ist das für ein Idiot, warum packt ihr diese Staffel auf Platz zwei? So, da die Liste aber endlos gefühlt ist und mein Skript ein bisschen länger geworden ist, als ich gedacht hätte, starten wir rein und ich baller das einfach mal hier raus. Fun Fact, ich habe neun Plätze gemacht, weil Staffel acht unterteile ich hier in Staffel acht eins und Staffel acht zwei oder Staffel acht A, Staffel acht B, weil die so unterschiedlich sind, es hätte eine neunte Staffel sein können. Beginnen wir das Ranking dementsprechend auf Platz neun. Auf Platz neun ranke ich die Staffel fünf. Staffel fünf ist die, ich nenne es einfach mal, wir versuchen alle zu retten und kacken, da war ja auf ganzer Linie rein Staffel. Es kommen zwar ein paar coole Charaktere dazu, wie Dwight und Sherry, allgemein die Charaktere sind okay in der Staffel. Es kommt aber auch Genie dazu und das Ganze, was damit anfängt, ist sehr zwiegespalten. Das ist sowohl interessant als auch eher schlecht. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, Staffel fünf hat sich einfach viel zu sehr darauf fokussiert zu sagen, Morgans persönliche Mission, der Retter der Menschen zu sein, jeden zu retten, der seine Hilfe braucht, es war so schlecht, es hat nicht geklappt und dementsprechend war das Ziel der Staffel, wurde nie erreicht und das war scheiße. Das heißt, Storys von einzelnen Charakteren waren an für sich ganz gut. Jeder hatte so seinen kleinen Story-Arc, aber das große Ganze war ein kompletter Reinfall. Dementsprechend bei mir auf dem letzten Platz. Auf Platz Nummer acht haben wir Staffel acht, Teil eins. Ich nenne diese Staffel liebevoll Padre jetzt erst recht, weil das, was Padre in der Staffel davor war, ist hier einfach nochmal übersättigter und quasi aufs Auge gezwungen durchgespielt worden. Ich hab das Gefühl, diese Story rund um Padre, die an für sich voll cool war, den Gedanken dahinter, fand ich super cool, man hätte so viel machen können. Wir haben dann reingeschissen und das in Staffel acht eins noch beschissener. Das ganze Padre war nur noch nebenbei, aber es wurde einem trotzdem aufgezwungen. Dazu kommt, dass diese ganze Staffel sich einfach nach einer Verabschiedung von Morgan aus Fear the Walking Dead anfühlt. Die ganze Staffel arbeitet darauf hin, oder die ganze Hälfte der Staffel arbeitet darauf hin, dass Morgan Fear the Walking Dead vorübergehend verlässt. Die ganze Story rum um seine Tochter, sei mal dahingestellt, ich fand ihren Charakter sehr, sehr nervig. Wobei man hier aber sagen kann, sie wurde von Padre großgezogen. Bedeutet, sie hat auch alles recht, nervig zu sein. Nichtsdestotrotz haben sie hier so viel Potenzial verschwendet, weil sie Morgans und Moes Charakter ganz schnell abspielen wollten. Einfach ganz schnell, ganz viel Story. Die Beziehung von beiden kann nicht warm werden. Die Beziehung von beiden wird erst in der letzten Folge, wo Morgan da ist, warm. Vorher haben die sich quasi gehasst. Es sind ganz viele Throwbacks zu The Walking Dead, King County, Morgans Haus, Dwayne. Es ist alles super cool und sehr nostalgisch und auch super schön, dieses ganze Überwucherte. Aber rein Story-technisch merkt man, sie wollten Morgan so schnell wie möglich rausmachen, dass sie noch ihr großes Finale, also Staffel acht zwei, bringen können ohne Morgan. Das Problem ist, sie haben versucht, seinen Charakter hier abzurunden oder einfach runder zu machen, als er eigentlich ist und ihn auch einfach ganz schnell halt abgespeist. Sie haben versucht, ihm ein bisschen mehr Deepness in Sachen Story zu geben mit Dwayne, was aber null geklappt hat, weil es irgendwie, es hat sich alles sehr, sehr falsch angefühlt. Was ich hingegen wieder ganz gut fand, war ein bisschen seine Rage-Momente, dass man das mal in einer Folge gesehen hat, wie er wirklich in so einem Fall drauf ist oder wie es sich verhält. Aber auch das wurde einfach zu schnell abgeklappert. Das hätte mehr Zeit gebraucht, vernünftig aufgebaut zu werden. Und was sie natürlich auch mit dieser halben Staffel irgendwie versucht haben, durch halt die Endszene mit Morgan, wie er Rick anfunkt oder versucht, Rick anzufunkt und sagt, hier, ich suche dich, ich komme zurück nach Alexandria, Hilltop, was weiß ich. Und ich suche dich, egal wo du bist, ich finde dich. Er war natürlich ein Hint Richtung The Walking Dead, beziehungsweise The Ones Who Live, beziehungsweise allen möglichen Spin-offs, die noch kommen, wo er einen Gastauftritt bekommen könnte. Ja, und da diese Staffel mehr Kacke als gut hatte, auf Platz 8. Platz Nummer 7 packe ich Staffel 4, weil da fing das Ganze nämlich an. Hier wurde Fear The Walking Dead einmal resettet, auf Null gesetzt. Die ersten drei, vier Folgen haben mir noch so ein bisschen Erklärung, was wirklich Ende Staffel 3 oder Zwischen Staffel 3 und Staffel 4 passiert ist, was mit den vier Charakteren los war, wie sie hier gelangt, also hier hingekommen sind und warum sie so sind, wie sie sind. Und wie gesagt, es wird einfach erstmal auf Null gefahren und morgen wird zum Hauptcharakter der Serie, was ich schade fand. Nebencharakter wäre gut gewesen, aber Hauptcharakter, nee. Natürlich wurde hier auch die große Verknüpfung zu The Walking Dead gemacht, dass wir wirklich nicht nur die Zombies oder den Virus haben, sondern wirklich effektiv einen Charakter, der eingeführt wird. Charaktere, super cool. Wie viele neue Charaktere wir bekommen, ob es John Borey ist, ob es alle neun Charaktere, die da sind. Ich finde es einfach geil. Das haben sie gut geschafft. Die neun Charaktere, die eingeführt wurden, haben gut gepasst. Eine Sache, die nicht so geil war, war Madisons plötzlicher Tod, der auf Screen passiert ist. Haben sie natürlich irgendwo wieder gezeigt, wie es dann wirklich passiert ist, was passiert ist. Aber solche Tode bei einem Staffel-Switch sind halt eher schwierig. Das neue Color Grading finde ich persönlich furchtbar. Für The Walking Dead Staffel 1, 2, 3 und die ersten paar Folgen aus Staffel 4 waren ja noch in einem schönen bunten, warm gesättigten Bild. Und ja, mit Staffel 4 wurde das Ganze dann auf The Walking Dead grau runtergeschraubt. Finde ich ein bisschen schade. Wurde nachher wieder ein bisschen besser, aber ich fand es ein bisschen kacke. Außerdem finde ich, gibt es in Staffel 4 kaum große Story-Arcs. Es gibt kleine Charakter-Stories, wie die John Dory. Wie jeder Charakter, der neu eingeführt wurde, hat halt so ein ganz bisschen Story bekommen, aber irgendwie die große ganze Story war nicht so da. Und wenn, dann war es halt der Trucker-Arc, der ganz cool war, der ganz interessant war, der mir gefallen hat, weil es einfach dieses Prinzip von wegen, okay, es sind Leute da, die versuchen, egal wem zu helfen. Aber das Ganze wurde durch diese komische, komische, komische Frau, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, ich habe sie einfach vergessen, wurde das Ganze ziemlich schnell kaputt gemacht. Auch überhaupt, es war alles sehr, sehr lose, aber irgendwie auch gut, aber halt schon mehr schlecht. Hier muss ich direkt natürlich eine Sache sagen. Staffel 3 und Staffel 4 oder Fear the Walking Dead Staffel 1, 2, 3 und der Rest sind ja aus dem Grund so unterschiedlich, da ja der Regisseur, Producer, Produzent, wer auch immer, gewechselt wurde. Und das hat der Serie nicht gut getan, zu einem gewissen Grad natürlich. Deswegen muss man hier sagen, es kann nicht die Serie per se was dafür. Es kann halt einfach nur sein, dass sie mit Staffel 4 diesen Umschwung langsam gemacht haben, dass es sich natürlicher anfühlt. Hat leider nicht so ganz geklappt, deswegen leider hier nur auf Platz 7. Auf Platz Nummer 6, und das könnt ihr jetzt einige verwundern, packe ich Staffel 2. Staffel 2 gefällt mir aus dem einen großen Grund nicht, dass der erste Teil dieser Staffel quasi nur auf dem Boot stattgefunden hat. Irgendwie hat es was, aber es war einfach nur elendig langweilig, muss ich sagen. Nicks Glow-Up-Arc, nenne ich es mal, also die Zeit, wo er weggeht und sich selbst findet und dann hier in diesem Dorf landet mit Lucy und wem auch immer und allen Leuten, der war ganz gut, weil bis dahin mochte ich Nick absolut nicht. Aber hier hat er langsam Tiefe bekommen als Charakter, was ich gut fand. Am Ende hat mir Nick wirklich gut gefallen, deswegen umso beschissener, dass er halt, ja, pff, ne. Aber der Charakter brauchte seine Zeit und deswegen ist sein Glow-Up irgendwie ganz cool, auch wie er halt als erstes, offiziell erstes, angewandt hat, unter den Walkern halt zu laufen, indem er halt sich mit dem Blut entspielt und so. Ganz cool, was ich leider ein bisschen kacke fand, dass sich halt dann der Rest der Staffel darum gedreht hat, Nick zu finden. Fand ich elendig langweilig. Diese Suche oder diese versuchte Suche war echt extrem schwierig, sich anzugucken. Also es hat sich ewig angefühlt. Dann hätten wir einen Teil dieser Staffel mit diesem Hotel, was ich wieder ganz geil fand. Einfach weil ich ein Hotel finde, ist eins der besten Möglichkeiten in einer Zombie-Apokalypse, potenziell sich sicher zu setzen, weil man halt unten die Geschosse, sag ich mal, voll laufen lassen könnte und oben immer noch sicher ist. Sehen wir ja später bei Victor. Aber auch da war mehr der Anfang cool, wo es dann dazu kam, ja okay, hier sind Leute am Leben und die leben hier schon länger und denen helfen wir jetzt. Und da fing es dann an, es wurde ein bisschen schwierig. Und noch eine große Sache finde ich ganz, ganz schwierig in dieser Staffel. Das Sterben oder Nichtsterben von manchen Charakteren. Es gibt so viele Momente, wo ein Charakter tot geglaubt ist. Es gibt so viele Tod und Tod geglaubte. Es ist echt, es ist echt schwierig. Ich mag sowas ja irgendwie nicht. Deswegen hier nur auf Platz 6. Platz 5 belegt dabei Staffel 6. Hier sehen wir einen langsamen Aufschwung wieder. Die Charaktere fangen sich alle. Die Produzenten haben sich alle gefallen und wussten schon ein bisschen mehr, okay, wir gehen in diese Richtung. Wir bekommen viel mehr von den Charakteren, von den alten Charakteren, die wir mögen zu sehen. Wir bekommen wieder ein bisschen effektiv geilere Victor Screamtime. Allgemein diese OG 4 Charaktere haben hier wieder ein bisschen mehr Aufsehen bekommen. Auf der anderen Seite haben wir auch viel Story, die angeschnitten wird und dann irgendwo auf der Hälfte des Weges fallen gelassen wird oder einfach nicht unbedingt krass weitererzählt wird. Bedeutet, wir haben hier auch wieder viel Story, viel Charakter-Story, viel große Story, aber oftmals einfach nur lose Enden, die sich dann irgendwie ganz, ganz spät entweder wieder zusammenknüpfen oder halt einfach gar nicht und sich im Sand verlaufen. Was halt bei The Walking Dead oder im The Walking Dead-Universum so unnötig ist, weil man es so gut verknüpfen kann in kleinen Abteilungen, sage ich mal. Dann hätten wir Morgans neue Vision eines besseren Ortes für alle und man wusste schon, die ist schon zum Trident verurteilt. Man muss aber sagen, der Morgan aus dieser Staffel war wesentlich angenehmer zu gucken. Erstens stand er nicht immer hundertprozentig im Vordergrund und er war einfach cool. Er war ein Badass. Er hat sein Ziel verfolgt und hat dafür einfach alles gemacht. Dann hätten wir natürlich auch noch Genie, die hier in Aktion wirklich heftig tritt und auch Dakota, wohl die ich am Anfang mochte, später dann nicht mehr. Aber die Story war ganz cool. Ich fand Genie ein bisschen nervig, aber die Story so rund um dieses System von denen war irgendwo ganz cool. Hatte was von Negan, aber in einer, naja, schlichteren Variante, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, das, was sich dann halt zwischen Morgan und Genie abspielt, war halt so, ne? War halt irgendwie, hatte Hand und Fuß, sagen wir es mal so. Dann ging es in dieser Staffel ja auch um Teddy Maddox und seinen Plan mit den Atombomben. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte diesen Charakter, dieses Sektenmäßige. Es hat mir so sehr in The Walking Dead gefehlt. Hier haben wir es ein bisschen bekommen, aber auch zu wenig. Teddy Maddox, ein krass interessanter Charakter. Ich finde ihn so cool irgendwie. Und diese Vision oder diesen Plan, den er hat, der ist so krank abgehoben. Es hat Spaß gemacht, dem Ganzen zuzusehen. Was ich dann ein bisschen weird fand, war halt dieses Alicia ist die Auserwählte, die überleben muss Sache. Das war ein bisschen weird, irgendwie komisch, aber auch noch verkraftbar. Dann hätten wir einen großen Punkt, der ein Schlag ins Gesicht von jedem Fear The Walking Dead Fan war, der unnötig war und der einfach so asozial war. Und das ist Johns Tod. Und der gibt sowohl Pluspunkte, weil es halt episch krass war, aber auch so viele Minuspunkte für diese Staffel. Erstens, fuck you, Dakota. Wirklich? Ne? Ne? Ja? John, einer der besten Charaktere. Wenn nicht sogar der beste Fear The Walking Dead Charakter. Und sein Tod war so unverdient, so überraschend. Und ich habe die ganze Szene gedacht. Bis er wirklich als Walker im Wasser lag, dachte ich, er schafft es. Ich habe daran geglaubt, dass er diesen Schuss, er ist der Einzige, der so einen Schuss überleben soll. Und er hat sich gemacht. Fuck off, Dakota, wirklich. Aber nichtsdestotrotz haben wir am Ende ein geiles Ende für Dakota bekommen. Und das war die geilste, fucking geilsten Szenen in dieser Serie. Und das waren die Atombomben. Es war heftig. Es war so cool gemacht. Ich fand dann diesen Ansatz, dass alle verteilt irgendwo trotzdem in Sicherheit sind, potenziell, fand ich so gut. Und dann hat es auch mit einer guten Staffel weiter. Also dann ging es mit einer guten Staffel weiter. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Auf jeden Fall eine sehr durchschnittliche Staffel. Deswegen auch auf Platz 5. Platz 4 beliegt nun Staffel 8, Teil 2. Das ist Fear The Walking Dead, wie es hätte sein können und sein müssen. Weg von The Walking Dead. Morgan rausnehmen. Dwight und Cherry, ja, die sind auch noch da, aber die sind irrelevant geworden. Es ging wieder mehr um unsere Kerngruppe. Es ging wieder um Madison, es ging um Alicia, es ging um den Kern, es ging um fucking Troy. Sie haben Troy zurückgebracht, was ein bisschen random war. Man wusste es aber irgendwie schon, man hat es immer im Gefühl und es war auch irgendwie cool, weil Troy ist ein cooler Schurke, muss man einfach mal sagen. Das Problem ist, dass dieser Teil, das ist, was Fear sein sollte, nur in kurzer Form und ganz, ganz kompakt. Und das hat dem Ganzen echt nicht gut getan. Ich habe schon mal ein Video zu letzten Staffel von Fear The Walking Dead gemacht und da habe ich auch gesagt, man hätte es in zwei teilen müssen. Einmal die Morgan und ein paar andere Sachen und dann die OG Fear The Walking Dead Truppe im großen Finale. Hätte wesentlich besser gewirkt. Problem ist hierbei, es werden viele, viele, viele lose Enden schnell versucht zusammenzubringen. Das heißt, das Pacing dieser paar Folgen, sie sind vier, vier Folgen, drei, vier, fünf Folgen. Dieses Pacing ist so schnell, schnell irgendwelche Losen endet zusammen. Ach ja, Alicia lebt doch, die lebt doch, ja. Und auf einmal verstehen sich alle, Charlie stirbt. Warum stirbt Charlie? Keiner hat es verstanden. Charlie war am Anfang super nervig, dann war sie cool und dann war sie tot. Warum? Dementsprechend wurden viele Charaktere aus Staffel 2, die in Staffel 2 halt Wirkung hatten, einfach kurz wieder auferweckt, um dann wieder runtergezogen zu werden. Aber auf eine gute Art und Weise irgendwie. An für sich eine super interessante Staffel, weil man sagen muss, es ist super viel, wie gesagt, Loses zusammengeknüpft worden. Man merkt aber leider, sie haben versucht, so schnell es geht jetzt ein Ende zu finden, was dem Ganzen nicht gut getan hat. Troys Tod viel zu plötzlich, Troys Tochter viel zu nervig und irrelevant. Wie gesagt, dass Alicia am Ende auftaucht, ist zwar geil, aber wir haben sie gefühlt für drei Staffeln jetzt schon tot gehalten. Nicht ganz drei Staffeln, aber ihr versteht, was ich meine. Wir haben sie für tot gehalten und es war irgendwie okay. Es war offscreen, aber es wäre okay gewesen. Und dann dieses ganze Aufleben und Aufbrausen, um dann ganz, ganz schnell die losen Enden zusammen zu knüpfen und ganz, ganz schnell das Ende zu finden. Hat dem nicht gut getan, es war aber trotzdem gut. Dann die große Zusammenkunft am Ende, aber gleichzeitig wieder das Auseinanderreißen dieser Charaktere. Bin ich zwiegespaltener Meinung, ich fand das große Aufeinandertreffen und Verabschieden ganz cool. Weil so der Weg geebnet wurde zu sagen, okay, all diese Charaktere sind so verstreut, man kann sie in jeglichen Spin-Offs wiedersehen. Ob es jetzt in Daryl Dixon ist, ob es in The One To Live ist, ob es in Dead City ist. Diese Charaktere könnten potenziell in allen Spin-Offs immer wieder auftauchen und, naja, aufeinandertreffen. Was natürlich für ein großes Finale, was eventuell kommt, super gute Vorlage ist. Es tut mir aber leid für die Charaktere, weil irgendwie haben sie sich dann doch ja immer gewollt, also wollten immer zusammen sein, aber auch irgendwie nicht. Es ist so wie, es ist ganz weird, die Story zwischen denen allen. Was ich dann ganz kacke fand, muss ich sagen, war halt dann Madison, Alicia und Troys Tochter, Tracy, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube Tracy. Wie die dann da standen und sich dann nicht eingemischt haben und dann so auf cool gemacht haben, so von wegen, ja, okay, uns brauchen sie nicht mehr. Hatte sich so ein Gefühl von wegen, okay, die Charaktere schreiben wir jetzt wirklich komplett weg und es geht mit den anderen weiter. Wäre schade, weil ich finde Alicia cool. An und für sich ein gutes Ende für die Serie, ein gutes Ende mit viel offenen Möglichkeiten, was mir halt auch gefällt als The Walking Dead Fan natürlich. Jetzt begeben wir uns aufs Treppchen und auf Platz Nummer 3. Habe ich Staffel 3? Ja, das wird viele verwundern, weil Staffel 3 potenziell die am meisten gehatetste Staffel ist, würde ich behaupten. Verständlicherweise, es ist einfach eine zähe Staffel. Diese Story um Walker, um die Ottos, um dieses Land, um diesen Kampf um das Land, um die Vorfahren und bla bla bla, das zieht sich wie Kaugummi und es ist wirklich endlos. Und ich verstehe, warum man das nicht mag. Mir hat es aber gefallen, weil es diesen Funken an Normalität in The Walking Dead gebracht hat. Wir haben zu wenig, also es waren für mich zu wenig Zombies. Es war zu wenig The Walking Dead Action, aber es war für The Walking Dead. Es war einfach die Story von den Charakteren. Neue Charaktere treffen auf alte Charaktere. Mein Problem ein bisschen, Madison war so ein Allrounder, der sich einfach überall einschleichen kann und überall anpassen kann. Das fand ich ein bisschen weird. Aber am Ende des Tages haben wir Troy eingeführt bekommen, was super geil war. Walker war ein cooler Charakter und ich verstehe nicht, warum sie ihn einfach fallen gelassen haben nach der Dumb-Action. Und ja, dann hätten wir auch noch die Dumb-Action. Ja, und man denkt sich so, wow, der Dumb explodiert. Ist Nick am Leben? Ist er nicht am Leben? Was passiert da? Wie schaffen sie es weg? Schaffen sie es nicht weg? Und dann denkt man sich, das könnte ein guter Einstieg in Staffel 4 sein. Und ja, dann bekommen wir das, was wir in Staffel 4 bekommen haben. Sehr viel Offscreen-Tode. Sehr viel unnötige Tode. Und alles ganz, ganz weird. Deswegen finde ich Staffel 3 ganz chillig. Weil sie ganz entspannt ist. Es ist zwar, wie gesagt, viel hin und her. Einfach Ball hin und her werfen. Und auch viel Kindergarten. Aber es hat was. Es hat was für die Charaktere. Für Madison, für Alicia, für Nick. Für diese ganze Feel-The-Walking-Dead-Truppe hat es auf jeden Fall Potenzial gehabt zu reifen. Die Charaktere sind daran gewachsen. Und das fand ich in Staffel 3 ganz cool. Muss ich ehrlich sagen. Auf Platz 2 und Platz 1 muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war mir bei beiden nicht sicher. Aber ich habe es so gemacht, weil es schon fair ist. Auf Platz 2 ist Staffel 7. Und das werden wahrscheinlich super wenige verstehen. Ich muss aber sagen, die Atomapokalypse nach dem, was Teddy Maddox gemacht hat mit seinen Atombomben. Ich fand es geil. Ich fand die Designs geil. Dieses apokalyptische, wirklich dieses Gasmasken, alles mögliche. Dieser Fallout, diese Szenerie, wie das alles aussah, alles neblig. Es hat nichts mit Realismus zu tun und die haben alle die Plot-Armor des Todes gehabt. Oh ja, hier ist gerade zufällig keine Strahlung. Zieh mir mal die Masken aus, weil wir jetzt miteinander reden müssen. Und es natürlich für die Serie besser ist, wenn die keine Masken anhaben. Sehr viel Plot-Armor und ganz viel hin und her. Auch der Kampf zwischen Morgan und Victor war so ganz weird. Hätte nicht sein müssen. Aber an und für sich das Setting, die Geschichte, die Stories. Es wird einfach auf Null gesetzt. Man wird wirklich dahin gesetzt und es wird gesagt, du musst jetzt überleben. Nicht nur in der Zombie-Apokalypse, nein, in der Atom-Apokalypse. Es war einfach der pure Überlebenskampf. Manchen Charakteren hat das gut getan, wie zum Beispiel eine Alicia. Manchen Charakteren hat es aber auch nicht so gut getan, wie ich zum Beispiel finde Dwight und Sherry. Dieses Ritter der Kokosnuss mäßige, also diese gerechten Leute da. Das war so weird und es hat sich so angefühlt, so von wegen, oh mein Gott, die ganzen Leute kennen sie. Alter, es war gerade mal so zwei, drei Wochen in dieser Apokalypse. Und die haben sich schon einen Ruf gemacht? Wow, das war schnell. Das hat sich so falsch angefühlt. An und für sich aber dieses Setting, wie gesagt. Das Setting, die Outfits, die Story, diese Idee hinter Atom-Apokalypse, war geil. Plot-Armor, dass es an vielen Ecken einfach viel zu wenig Strahlung gab. Verhältnismäßig überhaupt die Strahlung gefühlt nie ein Problem war. War ein bisschen weird. Okay. Manche Charaktere haben wir dann nur noch kurz gesehen, wie Al und die CRM-Geschichte. War einfach nur ganz schnell wegschreiben. Natürlich fing hier auch das Ganze mit Padre an, was dann sich damals noch gut angefühlt hat. Und das größte Problem, und das ist auch, glaube ich, mit der Grund, warum es nicht auf Platz 1 für mich ist, ist das Spielen mit Alishas Leben. Holy shit. Ich hab's gehasst. Auf einmal geht's ja gut. Dann geht's ja wieder scheiße. Dann geht's ja super scheiße. Und am Ende hat sie es überlebt. Und gefühlt weiß ich immer noch nicht, war sie jetzt so krank wegen dem blöden Biss? Oder war's die Strahlung? Und die wichtigere Frage ist, hat sie wirklich nur mit einem positiven Mindset geschafft, einen fucking Zombie-Biss zu überleben? Das war einfach mir zu viel Mary Sue. Ich liebe Alisha. Ich find den Charakter super cool. Mit Arm, ohne Arm, egal wie. Besser Arm dran als Arm ab. Ist klar. Aber nichtsdestotrotz war dieses Ganze, okay, sie stirbt sicher doch nicht. Sie ist tot. Nee, sie ist doch nicht tot. Oh mein Gott, was machen wir nur? War zu viel. Es war zu viel und hat sich einfach schlecht angefühlt. Das ist auch der einzige Punkt für mich. Und es hat sich einfach so angefühlt, als hätten sie an dem Punkt gefühlt, keine Ahnung mehr gehabt, wohin wirklich mit. Der Serie. Und das war einfach wichtig, um halt dann in Staffel 8 reinzugehen. So, und für die Leute, die aufgepasst haben, jetzt natürlich Platz 1 ist, lustigerweise, Staffel 1. Ja, für mich die geilste Staffel. Das ist, wie Fear the Walking Dead hätte gut durchgehend weitergeführt werden sollen. Dieses, wie ist es am Anfang des Ausbruchs gewesen? Dieses, dieses nackte Überleben. Dieses, okay, wir müssen erstmal hier klarkommen. Was passiert hier überhaupt? Dieses, das, was man sich immer bei einer Apokalypse fragt. Dieses, der erste Outbreak. Das erste Verhalten von den Leuten. Wie verhält man sich überhaupt? Plus dann die ersten Militäreinschreitungen. Plus die Charaktere. Ich fand die Charaktere gut. Da war Travis noch da. Da war alles noch gut. Ich fand's geil. Es war ein super cooles Feeling. Und es hat sich einfach so gut angefühlt, diese erste Staffel zu gucken. Weil es einfach das war, was man mit Fear the Walking Dead erwartet hat. Einfach dieses, wie war es davor? Was ist, wie war der Ausbruch? Was hat da alles stattgefunden? Wie gesagt, diese ersten Wochen des Outbreaks finde ich super interessant. Und das mal zu sehen war super geil mit Charakteren, die cool waren, die irgendwo eine deep Story hatten. Klar, manche wurden dann einfach links liegen gelassen. Kann man jetzt gut finden oder nicht? Ich find's so halb-halb. Aber das hätte Fear the Walking Dead genauso weitermachen müssen. Einfach auf dem bodenständigen Level gucken müssen. Und nicht dann irgendwie abgehoben werden müssen. Aber, ne, das ist halt auch, ja, ne, hat sich, wie gesagt, halt durch den neuen Produzenten oder was weiß ich, geändert. Ist halt schade. Nichtsdestotrotz einfach eine geile Staffel. Und vor allem ist das einfach die Staffel, mit denen man halt sich an Fear the Walking Dead hier erstmal rantraut. Und wenn man das mag, ist es halt leider schade zu sehen, wie die Serie sich entwickelt hat. Aber man bleibt am Ball. Und das, finde ich, ist hierbei der geilste Punkt. So, das war jetzt meine Liste, meine Platzierungen von den Staffeln. Es war wirklich viel Gelaber wahrscheinlich und auch viel Recherchieren. Ich hab dann sehr viel nochmal geguckt, was in den Folgen überhaupt passiert ist bei den Staffeln. Und ich muss sagen, ich bin da zufrieden. Wie gesagt, Platz 1 und Platz 2 kann man echt auch fast auf eine Ebene stellen. Ich finde Staffel 7 super cool. Aber Staffel 1 ist halt einfach rundum perfekt. Jetzt seid ihr gefragt, lasst mich gerne mal euer Ranking wissen. Das interessiert mich wirklich, welche Platzierungen habt ihr. Ihr müsst auch nicht komplett alle Serien machen, sondern einfach eure Top 3, wie ihr es machen wollt. Und versteht ihr manche Sichten von mir, warum ich manche Staffeln so platziert habe, wie ich es gemacht habe? Oder sagt ihr, ne, kann ich absolut nicht nachvollziehen? Gerne ab damit in die Kommentare. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was meine Lieblingscharaktere in The Walking Dead sind, dann checkt das eine Video aus. Und wenn ihr allgemein mehr zu The Walking Dead und vielleicht auch was wäre, wenn es in The Walking Dead sehen wollt, dann checkt mal die Playlist aus. Ist jetzt hier beides irgendwo eingeblendet. So, jetzt möchte ich das Video nicht noch länger strecken, als es wahrscheinlich schon ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao. Ciao.